Halli Hallöchen und Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Together Terraria Alter geht die Aufnahme schon lang? Also naja gut. Okay lang. Ja die ganze 3 Sekunden ging die Aufnahme jetzt. Ja das war echt super. Aber direkt am Aufnahme anfangen. Boah geht die jetzt schon lang. Ja ne für mich ist ja eine komplette Aufnahme. Für mich ist die schon sehr lang. Fick dich. Ähm das sind zwei Seelen. Hä? Kommt die her? Das sind einfach so zwei Seelen. Einfach so. Da bist du gar nicht. Das sind einfach zwei Seelen. Die da rumliegen. Vielleicht sind die einfach so viele Seelen. Das sind voll viele Seelen auf dem Weg. Warte mal ich hole die mir gerade. Wie viele? Das sind irgendwie vier Seelen oder sowas. Einfach so. Ich weiss nicht mehr wieso. Besonders wie wir am Anfang einfach gedacht haben wir bauen einfach vier Seelen für nen Flügel. Vier Seelen. Was? Wir bauen einfach 50. Ja wer hat das behauptet? Ich. Hab ich am Anfang gesagt. Ja toll. Ja ja. Warte mal kommt die Spawn. Genau. Immer du. Immer du. Ne die kommt unten gar nicht an. Okay warte mal dann versetze ich die Kerze nochmal. Den Radius der Kerze. Der sogenannten Kerze. Ja ist dann richtig viele Seelen. Also außer dass ich jetzt gerade ertrinken. Ist das schon cool ne? Ist das schon cool. Also trinken ist auch cool. Trinken ist an sich cool ne? Also. Ja ja ja. Leute immer trinken. Immer trinken. Okay. Erstmal die Message verändern. Yay Bora. Das sind aber echt voll viele ne? Ich hole die mir gerade und du machst weiter. Wie viel hast du jetzt? Was? Seelen. Achso äh 18. Nice. Alter ich will Wasser. Äh Luft. Ich will Wasser. Ich will Wasser. Schön. Raffi will Wasser. Raffi will Wasser. Wasser für Raffis. Jetzt neu. Kriege ich Luft? Nein. Du kriegst keine Luft. Ja hier nicht anscheinend. Boah ich. Weißte. Der Bohrer ist so schnell. Ich bohre einfach random durch. So. Äh. Okay. Ja. 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 Jetzt fliege ich in die Lava. Jawoll. Ich habe sie gekriegt. Und da unten sind nochmal zwei. Ja. Und hier. Ja. Jawoll. Sehr gut. Ich habe jetzt 8 Seelen. Boah das war ja. Achtzehn. Acht. Seelen. Achso. Ich habe jetzt 8 Seelen. Was auch immer du verstanden hast. Ich habe 8 Seelen verstanden. Achso. Geil. Ist auch. Ist auch gut. Ich gehe auch noch rufig. Okay. Riese Missgeburt. Genau port dich einfach. Diese scheiß Speed Viecher. Das musst du. Ich hole Kiemtränke. Ich gehe wieder nach oben ne. Und guck mal nicht weiter. Ich habe eingefangen dass wir welche hatten noch. Ich sterbe jetzt eh wieder aber. Ich gucke mal bei diesem Traveller vorbei. So. Ich mag den. Alter. Oh. Oh. Ist das katabartig. So. Okay. Jetzt gehe jetzt wieder nach oben. Und gehe zu den Fischen ne. Das sieht ja geil aus. What. Hoffe ich mir jetzt erstmal auf. Ich sehe einfach aus wie dieser. Wie Charlie. Äh ne wie Willy Wonka. Sehe ich jetzt einfach aus. Willy Wonka einfach ey. Der sieht echt so aus. Boah die. Die. Der Film ist richtig gut ne. Charlie und den Schokoladenverweg. Ne ist richtig gut man. Charlie Sheen genau. Charlie Sheen ja. Der ist einfach so da drin. In der wahren Begebenheit. Okay. Okay. Das geht jetzt ab. Hier ist schon wieder Excalibur am ausrasten. Ja genau. Der hat mich nicht mal getroffen. Und ich habe. Ach es war ein anderer. Geil. Das ist irgendwie so ein Mini. Das ist irgendwie so ein Vieles ich nicht mal erkannt habe. Und das hat einfach. 50 Schaden gemacht. Schmattino. Schmattino Seele. Ich habe mir gerade erst aufgefallen. Dass es hier komplett dunkel ist. Ja draußen ist es echt schon dunkel. Mann. Ja ne auch hier bei mir. In the gaming office. Mann. Mann. Ich habe alles ausgestöpselt für den PC. Jetzt habe ich nicht mal Licht hier. Okay. Ja ich müsste aufstehen. Ist jetzt egal. Die beiden Bildschirme bieten genug Licht. So. Wir haben es eigentlich bald zusammen. Gut. Ein bisschen brauchen wir jetzt noch. Aber dann machen wir uns diese Aufnahme noch die Flügel. Wir haben schon 20. Das geht ja jetzt schon. Ja klar. Der Überall. Ich glaube 25 haben wir sogar schon. Noch mal. Locker. Du hast ja 8. Ja ja. Also dann nochmal 25. Und dann haben wir. Genug. Yeah yeah yeah. Dann haben wir die Flügel. Und nächste Aufnahme machen wir dann. Ich denke die Zwillingsaugen. Weil wir da auch Seelen für brauchen. Stimmt. Könnten wir jetzt. Könnten wir jetzt eigentlich schon machen damit. Das wäre natürlich auch geil. Wenn wir das jetzt noch machen. Das so doppelt halt. Klar Leute. Es waren ein paar Folgen eher so ein bisschen langweiliger. Aber dann kommen jetzt vielleicht auch mal wieder ein paar spannender ne. Ja wir fahren jetzt einfach nochmal ein bisschen. Ja ja klar. Klar machen wir. Dann komm mal kurz her. Bin schon da. Ja komm zu mir. Wo bist du genau? Rechts. Oh Gott. Oh Gott der Fisch. Oh. Wollte ich komme zu dir? Ja ich habe den Mana scheiß genommen. Komm hoch. Ja. Einfach synchron. Was? Komm her. Lol. Hallo. Nein. Oh Mann Raffi. Hey was. Ich habe doch gar nichts gemacht. Was hast du wieder gemacht? Fuck ich habe immer noch drangedacht. Ich warte jetzt hier. Ja komm her. Ich warte auf dich. Ja vergröße mal ein bisschen die Plattform. Auf der die Kugel steht. Ja. Okay. Ich habe Meteorit. Jetzt habe ich ja versterben. Soll ich da Meteorit hin machen? Ja. Natürlich. So. Jetzt geht's denn da unten ab. Ich muss auch um eine bessere Rüstung kümmern. So. Äh. Ah okay. Großelig. Ach ja ich habe übrigens dieses Band. Äh wo ich. Wo diese Abklingzeit von Heil trinken. Äh runtergeschraubt wird. Habe ich mal. Wie viel? Habe ich das gefunden. Ganz am Anfang. Ach alter. Wie viel runtergeschraubt? Ich glaube für 15 Sekunden. Also ich glaube ich habe 45 Sekunden abklingt. Seit. Statt eine Minute. Naja gut. Ist jetzt auch nicht so. Okay ich bin hier. Habe ich mitbekommen. Wahres. So hier Lutsch. Mein Inventar nicht voll wäre. Wasser statt Luft atmen. Ist die Frage sterben wir an Land oder? Äh. Würde ich dem Spiel zutrauen. Das hat dann einfach lang. Habe ich auch gedacht ne. Ne ich glaube nicht. Ich glaube sogar nicht ne. Das wäre schon sehr lustig. Also eigentlich nicht. Wäre schon eine Rote so ein bisschen. Ja ja. Ja komm leck die Viecher da oben ey. Okay. Geil. Voll die Party hier unten. Na ja ich mache so eine Unterwasser Party hier. Ich kann unter Wasser atmen. Oha. Fickt euch Leute. Ja da kommt auch ne Seele. Ich kann unter Wasser atmen. Ich bin gut. Yeah yeah yeah. Warte ich kümmere mich um die Viecher mal. Die sind ja gerade eingesperrt. Ich kann die jetzt partial abschlachten. Ne man kann auch noch an Land atmen. Okay. Naja ist mir auch schon aufgefallen ne. Hat mich die Beschreibung doch ein bisschen verwirrt. Ja aber war auch irgendwie komisch ne. Wasser statt Luft atmen. War glaub ich hier nix. Hörst du? Äh. Ja man. Das sind die irgendwo anders in. Sind die hin? Hier neun. Ich hab 24 jetzt. Gut. Boah ich lieb diesen Dolch ne. Ja. Tust du das? Ah. Komm her. Oh ich hab ja keine Mana tränke mehr. Wir bauen jetzt nur noch ähm 15 Stück. Ja oder wir wollen ja eh noch mehr für den Boss also. Oh hier ist ja. Komm. Gerade jetzt wo ich keinen Mana mehr hab. Kommt Excalibur ne. Fick dich. Mhm. Okay. Excalibur. Hab ich keinen X11. Ja ich hab keinen Excalibur mehr. Hab ich? Ne ja. Na komm. Ich keine Mana tränke mehr. Aber warum hat der jetzt nicht die Wiederherstellung. Tränke genommen. Das ist die Frage. Eventar voll. Ähm. Damit scheiße hier. Mana tränk. Mana tränk. Ach die hast du alle rausgenommen. Danke. Bitte. Bitte. Okay. Ähm. Buh. So. Buh. Buh. Okay. Ich hab so viele Spaßes-Schrotte-Items. Die man einfach gar nicht mehr braucht. So. Okay. Boah. Kann die Vieh. Okay. Ah. Ich kann ja nochmal einen Imp holen. Den Emperor. Stimmt. Sollte ich auch mal holen. Und die Nutine kommt auch noch her. Äh. Was wollt ihr jetzt mal? Ja. Mana tränke machen, ne? Ja. Ja. Vielleicht. Okay. Erstmal. Komm schon. Jetzt. Ah. Ich will die Tür abbauen. Mach doch. Ich hab damit. Ne. Egal. Ähm. Ich komm mich später drum. Okay. Ich bin gerade. Auch dich. Ach. Ich hab die. Okay. Die will ich jetzt auch nicht wegwerfen. hier. Okay. Und dann nehmen wir noch das hier mit. Lühne Pilze. Hab ich die im Inventar? Die doch noch irgendwo. Ah. Okay. Die Folge geht auch noch fünf Minuten. Das ist ganz gut. Alter. Botwurm. Ach da. Okay. Äh. Meteorit. Wo ist denn das jetzt hier? Ne. Ah. Ich hat noch. Die Feuerblumen brauche ich auch nicht mehr. Ich sortiere jetzt einfach mal mein Zeug aus. Was ich nicht unbedingt brauche. Ja. Flampeitsche könnte ich noch gebrauchen. Was ist denn jetzt hier? Okay. Ich nehme mich auch wieder mit. Yo. Excalibur. Yo. Excalibur. Warum nennen wir das eigentlich Excalibur? Das ist einfach nur ein verzaubertes Schwert. Ja. Weil es so aussieht. Woher willst du wissen wie Excalibur aussieht? Ja. Ich habe es schon so gesehen. Habe es damals rausgezogen. Also muss ich schon wissen. Okay. Okay. Wir wollen hier mal nicht die Geschichte verändern. Oder so. Oder so. Komm. Ich equippe mich jetzt erstmal schön, dass ich wunderschön aussehe. Und sich echt aus wie Livonka. Wie sieht man schade wie Dustin aus. Ich habe jetzt einfach so eine Clownshose und ein Clownshemd und so ein Zylinder. Hat zwar unnötig Geld für rausgeschmissen, aber trotzdem. Das geht doch schon irgendwie. Wow. Reicht voll. Kann ich ja nicht irgendwie. Mach mal. So. Und man, die Nutino kommt auf. Okay. Ja, frag mich. Ich habe gar keine Kiemen trinken. Was wird das? Ich will nicht mehr ein Spawnboid machen. Wie sieht das denn aus? Erstmal brauchst du als Wende Holz und der Raum muss viel größer sein. Ernsthaft jetzt? Ja. Ich glaube so 7 mal 7. Ah. Und er muss aus Holz sein. Das muss größer sein. Aus Holz? Kann es nicht auch Stein sein? Ja klar. Stein geht glaube auch. Gott. Es darf halt kein Dreck sein. Achso. Okay. Gut zu wissen. Ich glaube, es ist der Standard für ein Haus, dass es nicht aus dem Dreck besteht. Also ich weiß ja nicht. Also für mich? Also für mich reicht auch ein Dreck aus, wenn ich ehrlich bin. Ich bin das wohl unrealistisch. Da sollen die erstmal einflüchten. Einflüchten, genau. Ja. Ja. Glaube ja auch. Da habe ich 30 Seelen. Wir sollten die Scheiße einfach mal ein bisschen spawnen lassen. Ja, ich probiere hier gerade ein Haus zu bauen. Ja, bau du mal das Haus. Ich baue mal die Plattware. Ah ey, ist das scheiße. Braucht ja auch mal Licht drin, ne? Hast du ein Fackeln? Ja. Ich habe Feuer. Hast du Feuer? Hast du Feuer? Okay. Gut. Ich glaube, den Dolch werde ich niemals weglegen. Der ist aber so cool. Jetzt habe ich nicht mal genug Wand dabei, oder was ey? Genug Wand. Ja, Wand ist elementar. Wand im Viererpack. Jetzt Wand kaufen für Wohnung. Hier. Wand. Komm, komm, komm. Ich fühle mich gerade echt zu. Habe ich heute auch mal, als ich heute aufgenommen habe. Die Folge kommt wahrscheinlich. Wann kommt denn die Folge? Das will keiner wissen. Okay. Ja. Bei mir, Moment, Dienstag. Dienstag kommt die bei mir, glaube ich. Macht keinen Sinn, Typer. Wir nehmen so weit auf, dass... Nein, ich rede ja nicht mal von dem hier, mein Gott. Achso. Au. Wir reden von Portal 2, Aperture Tech Mod. Ja, ist ja klar. Aber ich meine, trotzdem kommt die Folge hier. Für die Zuschauer ist das doch völlig... Trotzdem. Ich will hier drüber reden. Irreparabel. Von wegen, Gott, weil ich da so viel vergessen habe, dass ich einfach springen kann. Ich habe mich so auf diese Scale verlassen, dass ich einfach vergessen habe, dass ich springen kann, als normaler Mensch. Ja. Und habe dann drüber verredet, zum Moralscheiße, einfach, von wegen, ähm, ja, irgendwann ist es mit der Mensch halt bestimmt auch schon so weit, dass man einfach vergisst, dass man laufen kann und so weiter. Ja, es hat funktioniert. Oh, das ist so richtig. Unser richtig luxuriöser. Wie geil. So richtig scheiße, ey, geht ab. Oh Gott. Oh Gott, ja. Achso, vielen Dank fürs Zusehen, bis zur nächsten Episode und dann auch ne Herzliches. Tschüssi. Bis bald. Tschüss.